Der Symbol von der Bücherzentrale ist der Ziegele und der Säde hat der Ziegele, das ist der Säde von Tatenzeit, er ist geboren geworden in Kolbeschäf und sein Ziegele ist mit ihm nachgegangen alle Tage, wenn er in Räder gegangen ist, so wie Mary's Little Lamb ist sein Ziegele bei Emmys ihm nachgegangen und mit ihm. Und sie haben eine sehr neue Beziehung gehabt. Aber wenn er ein Ehrecht zehn Jahre alt ist, hat die Mischboche sich übergeklebt in Krocke. Und Krocke ist eine große Stadt. Und die Ziegele ist mitgekommen und hat mitgefunden mit sie in eine Dürre in Krocke. Aber in einer Stadt hat die Ziegele nicht mitgekommen in Schiel. Und der erste Tag ist der Säde gegangen in Schule und die Ziegele hat ihn gesehen und ist gesprungen auch durch das Fenster, auch durch das Fenster und sie brachen das Glas. Und sie haben verrichtet das Fenster. Und auch zweitmal ist er gegangen in Schule und das Ziegele ist noch einmal gesprungen genau durch das Glas. Und sie haben beschlossen, dass man mehr nicht kennenlernen ist und haben auch die Ziegele in der Stadt. Das ist einfach schon ein bisschen eine treuerige Geschichte. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020